Neben mir steht Jakob Altmannsberger, Vertrieb VRM Robotics. Seit dem letzten Jahr vereint ihr euch mit der Marke VRM Robotics, autonomen mobilen Robotiklösungen. Und innerhalb der SKU-Gruppe, ihr habt jetzt zuletzt auch den VDI Innovationspreis gewonnen, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Kannst du uns mal kurz abholen, welche Lösungen bietet ihr an? Also grundsätzlich ist die Idee hinter unseren Lösungen, dass wir den wahren Eingang, den wahren Ausgang unserer Kunden mit flexiblen Lösungen automatisieren können. Wir haben unterschiedliche Lösungen zu unterschiedlichen Ladegütern, die die Kunden transportieren möchten. Wir haben Großladungsträger, die klassischerweise Euro-Paletten sind oder Gitterboxen, die wir mit unseren automatisierten Staplern bewegen. Wir haben zusätzlich dazu eine Lösung, die auch Kleinladungsträger transportiert. Die Kleinladungsträger sind für unsere Kunden im Segment der Automotive, aber auch im Chemiebereich extrem interessant. Wir haben hier zwei Lösungen, die man bei uns im Hintergrund sieht. Einmal einen Rollenförderer und einmal einen Boxgreifer. Zusätzlich dazu gibt es dann noch eine weitere Lösung, das sind unsere automatisierten Routenzüge, die den Logistikbereich mit der Produktion beeinen und verbinden können und sehr viel Masse über eine hohe Wegstrecke transportieren, sowohl indoor als auch outdoor. Mittlerweile setzen ja enorm viele Unternehmen auf LMA-Lösungen, um ihre Logistik zu automatisieren. Man kann fast vom regelrechten Boom sprechen. Wie unterscheiden sich eure LMAs von anderen auf dem Markt? Grundsätzlich sind wir im Bereich der Automatisierungstechnik schon seit einigen Jahrzehnten unterwegs. Das heißt, wir kennen die Kundenprozesse in der Logistik sehr, sehr gut und wir sind sehr, sehr tief in dem Bereich der Sicherheitstechnik beheimatet. Das heißt, der Fokus unserer Systeme ist natürlich immer sicher zu sein, alle Normen zu erfüllen, aber zusätzlich dazu noch mal einen Tick sicherer unterwegs zu sein, wie das unsere Markengleiter machen. Nebenbei dabei sind wir getrieben durch unsere Kunden aus dem Automobilsektor sehr fokussiert darauf, hohe technische Verfügbarkeit zu liefern, was den Kunden über mehrere Jahre natürlich Geld sparen soll. Weiterhin unterscheiden wir uns ein bisschen zum Markt, dass wir Standard-Industriekomponenten verwenden, um unseren Kunden und Partnern den First Level Support zu erleichtern und hier uns wirklich auf das Thema Inbetriebnahme und Integration zu konzentrieren. Du hast jetzt schon angeschnitten, dass wir in der Automobilindustrie viel im Einsatz sind. In welchen anderen Bereichen, wo sind denn die Lösungen noch vertreten? Also grundsätzlich ist es mal so, jeder Kunde, der Warenströme automatisieren möchte, ist letzten Endes ein potenzieller Kunde oder ist schon Kunde. Stand heute ist es natürlich so, dass getrieben durch den Boom die Automatisierungstechnik, natürlich einer der Ersten ist, die die Automatisierungslösungen testen, einsetzen und uns Lieferanten zu einer Serienreife bringen oder drängen. Aber grundsätzlich ist auch die Chemiebranche ein klassischer Kundensegment, wo wir schon im Einsatz sind, wo wir auch noch tiefer rein wollen. Kontraktlogistiker sind klassische Kunden, die natürlich sehr viel Ware von A nach B transportieren wollen. Wie gesagt, jeder Kunde, der Material von A nach B bewegen möchte, ist ein potenzieller Kunde für uns. Du hast eure zwei Cobalt-Lösungen, die ihr dabei habt, eben schon kurz erwähnt. Soweit ich im Bilde bin, ist hier der API euer neuestes Projekt. Was steckt dahinter? Also unsere autonome Plattform, wie wir sie nennen, mit dem Roller-Convoi drauf, ist auf eine Kundenanforderung entwickelt worden, beziehungsweise wir hatten ja unseren AMR, der die Basis des Fahrzeugs darstellt, bereits für unseren autonomen Cobalt entwickelt. Und wir wollen jetzt hier die Vielfältigkeit des Fahrzeugs darstellen, indem wir auf die autonome Basis einen Roller-Convoi draufsetzen, mit dem wir Ware transportieren können. Das Einsatzgebiet ist jetzt in den Laborumgebungen, wo wir Laborware transportieren, um die Produkte aus dem Prozess heraus im Labor testen zu lassen. Hier sind wir quasi der Verbinder zwischen Produktion und den Labormitarbeitern. Okay, gut, dann vielen Dank und auf Wiedersehen! Dankeschön!